Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute schauen wir uns das erste Mal Zombie Curl Lab an. Das ist ein Spiel welches aus Deutschland kommt. Es erscheint nächste Woche am 7. Dezember auf Steam im Early Access und ich habe dafür ein Key bekommen, kann schon ein paar Tage früher spielen und euch schon mal ein paar Einblicke dazu zeigen. Im Spiel geht es darum, die Welt steht am Rande des Abgrunds, alle Menschen sind zu Zombies geworden, nur noch ein paar Wissenschaftler sind da und die versuchen ein Camp aufzubauen, wo die Zombies geheilt werden. Und wenn sie geheilt sind, erst dann können sie das Camp wieder verlassen. Und in der Zeit braucht man sie als Arbeiter. Es ist also ein Aufbau-Tycoon-Management-Spiel gemixt aus verschiedenen Genres, würde ich sagen. Und da schauen wir einfach mal rein. Freue mich extrem auf das Spiel, muss ich sagen. So, das startet, das schon mal hier ist die Vorgeschichte. Als die Zombies kamen, wurden die Welt in ein paar Tagen überrannt. Mit jedem Biss wurden ihre Opfer selbst zu Zombies und ihre Anzahl stieg ins Unermessliche. Der Widerstand der Menschheit wurde schnell gebrochen. Aber in der fernsten Wildnis im kanadischen Norden hat eine Gruppe von Wissenschaftlern überlebt. Geschützt im Moose Lab, einer Forschungsstation tief unter der Erde, sind sie von der Zombie-Apokalypse verschont geblieben. Jetzt setzen sie die mächtigste Waffe der Menschheit ein, die Wissenschaft. Nach kurzer Zeit haben sie erste Erfolge in der Entwicklung eines Heilmittels gegen das Zombie-Virus errungen. Nun ist es an der Zeit, eine gefährliche Expedition zu wagen. Die Moose Lab-Wissenschaftler haben ihre mutigsten Leute versammelt. Eure Mission ist es jetzt, ein Labor aufzubauen, es vor Zombies zu verteidigen, Zombies einzufangen und sie zu heilen. Hilf ihnen zurück zur Menschlichkeit. Ja, das ist da die Story und das scheint so ein bisschen Kanada zu sein, wenn ich das so richtig sehe. Aha, da können wir uns drin bewegen. Schwierige, normale, einfache Anfänge-Expeditionen, Tutorial und Sandbox. Ja, ich denke, wir spielen erstmal kurz das Tutorial und schauen uns mal an, wie das Ganze funktioniert. Da sehen wir auch schon einen kurzen Überblick, was das Spiel aktuell bietet, was es in Zukunft bieten soll. Und jetzt sind wir hier beim Tutorial der Grundlagen. Dein Ziel ist es, die Zombies in dieser Region zu heilen. Wir müssen dafür für ein funktionierendes Labor bauen. Dann werden, wenn die Zombies geheilt werden, werden sie zu Mensch-Zombie-Hybriden. Hambies oder Humbies, wie man es auch immer aussprechen möchte. Und es gibt davon drei Stufen und danach ist man wieder ein Mensch. Und er wird dadurch Teil der Arbeitskräfte, wie ich das schon gesagt habe. Und oben links haben wir unsere Aufgaben. Ja, dann wollen wir doch da mal rumschauen. Das ist unsere Drohne oder wie? Er hat uns hier einen Container geliefert vom Moos Lab. Das sind unsere Wissenschaftler. Okay, wir können mit der Kamera ein bisschen bewegen. Du brauchst mehr Ressourcen, um weitere Räume und Objekte zu bauen. Die Gesamtmenge der Ressourcen, die du in deinem Lager hast, werden dir unter der Mitte der Bildschirm angezeigt. Zuerst musst du ein Ressourcenlager und einen Transportschuppen bauen. Öffne das Baumenü Produktion, Ressourcenlager, Transportschuppen. Dann können wir es auswählen und dann können wir schauen, was wir da abbauen. So, also ich habe es selbst noch nicht angespielt. Wir spielen es jetzt einfach mal an und testen das, wie das so funktioniert. Hier nehme ich an, ist das Baumenü. Dann haben wir hier Produktion, wir haben ein Ressourcenlager. Ihr seht, ich kann das, also die Spielwelt, aktuell haben wir so ein kleines Areal. Man muss es eben schützen, weil wir gleich angegriffen werden. Aber das wird dann immer größer. So, ich baue das einfach mal hier in die Ecke. Und den Transportschuppen gleich daneben. Gut. Dann gehe ich mal davon aus, dass es jetzt gleich aufgebaut wird. Genau, 15 Holz kostet das. Da sehen wir es schon nicht mehr. Und kann jetzt wählen, was sie einsammeln sollen. Wir brauchen einerseits Holz, wir brauchen Gemüse, Glimmerbeeren. Okay, ich glaube, es ist alles angewählt. Ich könnte das abwählen. Ja, genau, ihr seht. Also aktuell suchen sie nach allem. Ist ja auch gut, wir brauchen alles. Bären brauchen wir nicht mehr. Dann wählen wir die weg. Der hat auch eine Range, wie wir sehen. Und das da ist nicht erreichbar, heißt das, gehe ich mal davon aus. Also das Spiel, ohne dass ich es jetzt groß gespielt habe oder so. Es ist eine Mischung. Ich würde sagen, ein bisschen Prison Architect steckt da auch drin. Es steckt auch so ein Siedlungsaufbauspiel, steckt da drin. Eine kleine Mischung daraus, sage ich mal. Produktionsobjekte brauchen mindestens einen Arbeiter, damit sie funktionieren. Du kannst die Aufgabe deiner Arbeiter bestimmen, indem du entsprechende Symbole im Abschnitt Arbeiterzuweisung anklickst. Ja, genau. Arbeiter, die einem Produktionsobjekt zugewiesen sind, machen diese Aufgaben dann automatisch. Du kannst für jeden Arbeiter auswählen, welche Schicht, Tag, Nacht oder beide sie arbeiten sollen. Wenn wir jetzt hier mal da drauf schauen, haben wir drei Arbeiter zugewiesen. Und die machen hier alles aktuell. Also so viel wie geht. Ich würde auch die Glimmerbären wieder anschalten. Weise Ressourcenlage 1, mehr Arbeiter zu. Mehr zuweisen, das habe ich nicht gelernt. Hier, 1, 2. Entferne Arbeiter, die Transportschuppen 1 zugewiesen sind. Da kann ich wahrscheinlich so drauf gehen. Ändere die Schichten der Arbeiter am Zentrallager 1 zur Tagesschicht. So, Nachtschicht aus. Ressourcenlage 1 nur aufheben. Abbauen, aus. Um die Bedürfnisse deiner Menschen zu befriedigen, brauchst du eine Küche, in der sie essen können, sowie ein Schlafzimmer mit Betten und einem Sofa. Wir können da auch ein Schlafzimmer mit Betten und Sofa. Und wir können auch Räume verbinden, verkleinern und aufteilen. Testen wir nochmal aus. Also das ist hier das Zentrallager. Dann schauen wir einfach mal drauf. Hier sieht es aus wie eine Küche. Die machen wir mal hier hinten. Ich habe keine Ahnung, wie groß das sein werden soll. So. Und wir sehen auch, die Ressourcen bleiben da stehen. Die müssen jetzt zuerst abgebaut werden, gehe ich von aus. Das hat jetzt dann die höchste Priorität. So. Der hat hier keine Tür platziert, wenn ich das richtig sehe. Dann machen wir hier die Tür rein. Das Tisch ist ja riesig. Ah, komm, wir nehmen mal den Tisch. Ich glaube, der Tisch reicht aus für den Moment. Lassen wir das mal aufbauen. Dann brauchen wir noch ein Schlafzimmer. Das stellen wir mal gleich dahinter. Ebenfalls. Oh, hat er nicht gespeichert. Ich muss immer bestätigen. Okay. Dann da auch eine Tür rein. Da haben wir ein Sofa und ein Bett. Oh, Schlafzimmer muss 7x10 sein. Die Küche hat er gemacht. Ja, was habe ich jetzt hier gemacht? Aber das ist gerade gut. Dann können wir es nämlich testen, wenn wir jetzt hier das Schlafzimmer anbauen. 10x7 wäre so. So, wie es aussieht. Wir haben hier ein Zentrallager. Also, ich muss sagen, der Art-Style gefällt mir extrem gut. Und was ihr hier seht, das ist vielleicht 1% von dem, was da alles drin ist. Wenn man mal den Trailer anschaut, sage ich euch ehrlich. Also, da kommt noch so viel mehr. Sieht schon extrem cool aus, wie es da vom Förderband kommt. Also, die holen das ab. Und die bauen Element um Element sowieso. Wie es aussieht. Theoretisch müssten sie jetzt die Wand dann abreißen da. Das werden wir natürlich beobachten. Wir haben da unten auch eine Zeit. Ah ja, das ist Tag-Nacht-Zyklus. Dann kommen dann wahrscheinlich die Zombies. Gehe ich mal davon aus. Was übrigens auch noch ist. Ah, jetzt muss ich wahrscheinlich da Räume verbinden. Ah. Okay, jetzt verbindet er das. Es ist auch Teil von einem realen Forschungsprojekt. Und es hat noch so ein Element. Ich muss es selbst erst noch anschauen. Aber man kann mit seiner Prozessorleistung vom PC, kann man das Forschungsprojekt unterstützen. Also, das ist noch etwas ganz Neues, sag ich mal. Und ja, das werde ich mir mal dann noch anschauen. Das werden wir auf jeden Fall noch thematisieren. Muss ja nicht gerade in der ersten Folge sein. Das hat ja noch ein bisschen Zeit. So, jetzt habe ich das mal gerettet da, dass wir gleich auf fünf Betten kommen. An der Forschungstafel kannst du deine Forschung ausgeben, um mehr und bessere Objekte freizuschalten. Forschung wird von deinen Wissenschaftlern an Forschungstischen erarbeitet. Jede neue Stufe eröffnet die neue Forschungsoptionen. Viele Objekte haben Upgrade-Stufen, die du erforschen kannst. Bau einen Forschungstisch. Du findest ihn im Baumenü unter Forschungsraum. So, das werden wir wohl als nächstes machen. Hier, ah, das ist die Spritze. Macht auch irgendwo Sinn. Die sind hier fleißig am Abbauen, muss ich schon sagen. Fällt einem gar nicht auf, wenn man mal ein bisschen dicht hinschaut. Da muss 10 mal 10 sein. Diesmal achten wir drauf. Der ist recht groß, ehrlich gesagt. 220 Holz. So, das heißt, wir können jetzt mal sagen, dass wir hier... Ich möchte keine Beeren mehr. Ja, sie sollen sich jetzt voll und ganz auf Bäume konzentrieren. Und dann brauchen wir da Forschungstisch dreimal. Und dann 50 Forschung sammeln. 90 Holz, 3 Metall. So, das setze ich mal hier und da einen. Das ist relativ klar. Klar gesagt, wo das Platz sein muss, wo die Person hingeht. Also, das ist wirklich... Gefällt mir so in dem Stil. Ausgangssperre, Forschungstafel, Arbeiterübersicht, Aufgabenübersicht, Weltkarte. So, wir haben auch hier, das sind die Arbeiter oder Arbeiten. Ah, ich kann... Das ist die Weltkarte demnach. Gehen wir hier ins Forschungsmenü. Blase-Balk müssen wir dann erforschen. Ja, da habe ich recht lange gesucht, wo denn das ist. Weil es gibt hier so viel. Also, der Forschungsbaum ist recht groß. Und wir haben hier den Blase-Balk 5x4. Eine langsame und einfache Maschine, die Wasser zu Eisbeuteln gefriert. Die ist es. Das kostet auch Holz und Stein, wie ihr da seht. Und einen Betreiber braucht es auch. Und danach bekommen wir von der Maschine Eisbeutel. So, jetzt lassen wir das mal forschen. Ist das instant? Du verlierst das Spiel, falls alle deine Arbeiter zu Zombies werden. Oder wenn dein Zentrallager zerstört wird. Ein bisschen so... Wie hießen die Mobile Games? Also, die gibt es ja immer noch. Clash of Clans und so weiter und so fort. Die habe ich nie gespielt, aber kommt mir schon ein bisschen so vor. Ein Zaun ist die einfachste Art, dein Labor zu beschützen. Zombies müssen erst den Zaun kaputt schlagen, bevor sie durchkommen. Du brauchst Tore im Zaun, damit deine Arbeiter, die auf die andere Seite kommen können. Zombies greifen Tore eher an als normale Zaunstücke. Nutze das zu deinem Vorteil. Da wir die Zombies nicht töten wollen, frieren wir sie einfach ein. Wie Kälte-Waffen kannst du sie in Eisblöcke frieren. Kälte-Waffen benutzen Eisbeutel als Munition und brauchen einen Arbeiter. Ein Blase-Balk kann Eisbeutel herstellen oder man kann sie in Ruinen finden. Du kannst eine Ausgangssperre verhängen, damit niemand dein Labor verlässt. Der Knopf dafür ist in der unteren rechten Ecke. Den haben wir schon gefunden. Arbeiter flieren dann sofort in die Bereiche, die für Gegner nicht zugänglich sind. Deine Arbeiter machen dann nur die Jobs, für die sie in den sicheren Bereich erfüllen können. Durch Klicken auf die Schaltfläche Sichere Bereiche anzeigen, kannst du eine Visualisierung der sicheren und gefährlichen Bereiche erhalten. So, man muss sie wieder aufheben, die Ausgangssperre. Erstmal, wir haben uns ja angeschaut, wo hier die sicheren Bereiche sind. Überall innerhalb des Zauns. Interessanterweise hier nicht. Das frage ich mich ein bisschen, aber ja. Auf jeden Fall sollen wir jetzt zumindest, was die Mauer angeht, mal ein Tor bauen. Das machen wir einfach mal da oben. Dann brauchen wir einen Schneeballwerfer. Ne, das ist falsch. Wir brauchen da erstmal einen Blase-Balk, der uns nämlich die Eisbeutel produziert. Und den stellen wir mal hier hinten hin. Und jetzt brauchen wir, das Tor ist da. Ah, jetzt gehen sie nach draußen natürlich. Hat er jetzt auch mehr Reichweite? Weiß ich nicht. Kann sein. So. Und der Schneeballwerfer, der steht innen oder außen? Das habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Wir stellen den einfach mal so quer dahin. Und später wird es, kann ich euch schon mal verraten, es wird Farmen geben für diverse Dinge. Also alles Mögliche. So, ich nehme an, das hat keinen Strom, also keine Eisbeutel. Das ist da soweit das Problem. Ah ne, keine Verbindung zu einem Stromkreis. Das war ja gar kein Thema. Hier, Strommast. Ah. Schau, der macht da automatisch eine Leitung. Wenn ich da... Boah, das wird ja komplex. Das ist ja richtig komplex. So, wenn er hier ist, dann gehe ich mal von aus, das ist da drin, oder? Ja, das ist drin. Sehr gut. Und ich mache Priorität wieder weg, damit da das Zeichen nicht ist. Das heißt, wir haben hier Strom durch Solaranlagen. Die müssen wir, den müssen wir weiterleiten. Ja, jetzt lassen wir mal die Zeit schnell oben, dass sie das mal füllen. Das sieht doch gut aus. Da war gerade eine mit Schubkarre. Einige Objekte brauchen Elektrizität, um zu funktionieren. Strom kann auf unterschiedliche Arten erzeugt werden. Es gibt zum Beispiel Generatoren, Windturbinen und Solarzellen. Und es gibt auch solche Hamsterräder, quasi, wo man dann Zombies reinstecken kann. Mit Strommasten kannst du deine Stromerzeuger mit dem Stromverbrauchern verbinden. Und man kann auch mehrere Stromkreise haben. Dein Zentrallager hat ein paar Solarzellen, mit denen bereits Strom erzeugt wird. Eine Batterie und ein paar Strommasten sind auch vorhanden. Dein erster Stromkreis ist also direkt an deinem Zentrallager. Danke. Es gibt drei verschiedene Stadien der Entzombifizierung. Die drei Hambi-Stufen, oder Humbi, ich weiß nicht, dass ich immer noch nicht ganz, wie ich es nennen soll, nummeriert von 1 bis 3. Jede Hambi-Stufe hat zusätzliche Stärken und Schwächen. Für jede Phase der Heilung muss eine andere Behandlungskammer erforscht und gebaut werden. Okay, das wird wohl unsere Aufgabe sein. Behandlungskammer 1. So, ich muss mich erst daran gewöhnen, dass der Forschungsbaum da ist. Dann brauchen wir Wissenschaft. Ah, die haben wir ja bereits, glaube ich. Hier, die Behandlungskammer 1, genau. Boah, die ist groß. Kann ich zum Beispiel so hier in die Ecke machen. Sollte passen, genau. Was kostet die? Ja, schon ein bisschen Metall und Holz. Und wir sind vor allem beim Holz, sind wir immer noch knapp. Das ist unglaublich. Und er braucht auch Strom. Also Strom geht auch durch Gebäude durch, so wie es aussieht. Ich kann auch ins Gebäude rein mit dem Strommasten. Geht auch. Oder hier draußen bleiben. Kommt, glaube ich, nicht drauf an. Um mit einer Behandlung anzufangen, muss erstmal ein Zombie eingefangen werden. Falls deine Kältewaffe einem Zombie genug Schaden zufügt, ist dieser in einen Eisblock eingefroren. Wenn Zombies vollständig eingefroren sind, kann man sie einfach transportieren. Ja, so als Eiskugel. Sieht schon lustig aus. Und das geht tatsächlich durch den Zaun durch, so wie es aussieht. Du kannst einen Zombie zur Behandlung schicken, indem du den eingefrorenen Zombie oder eine Behandlungskammer auswählst. Beide haben entsprechende Optionen in ihrer Infobox. Außerdem kannst du die Behandlungskammer auf Automatisch setzen. Dadurch werden gefrorene Zombies automatisch behandelt. Okay, jetzt bekommen wir einen Angriff. 19 Zombies kommen. Gefahrenquelle erkannt. Okay, die ersten graben sich hier in den Zaun rein. Ja. Oh, oh. Huch. Da haben wir schon Mitarbeiter verloren. Alter. Ähm. Wo war das hier? Da. Ausgangssperre. Uff. Gerade nochmals Glück gehabt. Ich hätte jetzt gedacht, die Ausgangssperre muss ich jetzt nicht zwingend verwenden, weil die werden das von alleine merken, dass sie da nicht draußen rumlaufen sollen. Aber war wohl nicht so. Wenn man es ehrlich sagt. Gut. Jetzt schießt diese Kanone hier. Und der Zaun, also da wo das Tor ist, ist das am angreifbarsten. Und er schießt auch immer auf denselben, solange er hier steht. Melody Rama. Die wird jetzt getroffen, getroffen. Die muss etwa zehnmal getroffen werden, gefühlt. Dass die mal zum Eiswürfel wird. Wir verlangen da nicht weiter. Haben wir hier überhaupt so viel Eis drin? Okay, ein Beutel hat mehr als einen Schuss, glaube ich. Oha, jetzt aber. So. Und jetzt können wir da Priorität zur Behandlung geben. Es wird schon auf den nächsten geschossen. Gut. Und jetzt sehen wir da, wir brauchen zehnmal Glimmerbeeren. Zehn Holz. Und das gibt dann einen Hambi Level 1. Dann macht man da wieder neues Eis. Und die Nacht ist auch bald mal vorbei. Ich glaube, die Nacht ist deutlich kürzer als der Tag. Was das angeht. Ja. Jetzt gibt es neues Eis. Vielleicht kriegen wir da noch einen zweiten. Also eigentlich als Mitarbeiter wirst du ja selbst merken, dass da keine gute Idee ist, nach draußen zu gehen. Ja, der greift die. Ah ne, der repariert. Der repariert den Zaun. So. Nacht ist vorbei. Und dann hauen sie ab. Weil sie plötzlich klägliche Angst haben. Wer da auch? Ah ja. Kommen sie da her, oder wie? Das ist ein Tunnel. Ja. Sie kommen wohl aus dem Tunnel. Gehen wieder da hin zurück. Gut. Jetzt mache ich natürlich die Ausgangssperre weg. Wir haben zwei Leute verloren. Über Nacht. Und jemand müsste jetzt diese Eiswürfel mitnehmen, denke ich mal. Ah, da hinten ist auch noch was. Ja, das ist natürlich dumm gebaut. Wir können das Objekt bewegen. Zum Glück. Ich stelle es mal mitten in den Raum. Ist geschickter. Okay. So schnell geht's. Also das ist gut gemacht. Und jetzt reicht der Strom nicht mehr. Nein. Kommt. Da gehen wir nochmals eins nach draußen. So. Kann er nochmals umstellen. Gut. Jetzt haben wir auch Strom. Jetzt hat er sich in Bewegung gesetzt. Da wird dieser Eiswürfel auf der Schubkarre mitgenommen. Und wird dann hier hingebracht. So wie es aussieht. Ja. In die Behandlung. So. Das steckt jetzt hier in der Zelle drin. Aha. Da passiert Unterschiedliches. Aber ich glaube die Kur ist erledigt. Und wir haben Madi Rousseau bei uns. Achtung. Ein Hambi mit schlechter Stimmung kann wütend werden. Ein wütender Hambi kann eine Menge Schaden an einem Labor verursachen. Stell dir sicher, dass die Bedürfnisse deiner Humbis immer erfüllt werden. Ja. Hambi oder Humbi. Ist ein bisschen blöd. Falls deine Humbis trotzdem wütend werden, beruhigen sie sich nach einer Zeit wieder. Mit Hilfe von Wachen kannst du sie auch einfrieren. Eingefrorene Humbis werden zu einer Beruhigungsstation gebracht. Dort können sie sich dann in Ruhe beruhigen. Kümmere dich gut um die Humbis oder sie werden sehr oft wütend werden. Level 1 Humbis brauchen Futterhaufen mit rohem Fleisch. Und einen Trainingsraum, in dem sie ihre Muskeln trainieren können. Unterschiedliche Humbi Stufen haben unterschiedliche Bedürfnisse und Fähigkeiten. In der Infobox eines Humbis findest du genauere Informationen. Das heisst, wir müssen erstmal in die Küche. Ah, das ist dieser Fleischkultivator. Ja, da wird die Küche schon relativ klein, wenn ich da ehrlich bin. Des Weiteren brauchen wir noch einen Trainingsraum. Der wird hier sein. Aber die Base ist irgendwann dann ein bisschen klein, habe ich das Gefühl. 9x6, da machen wir 10x6. Eine Tür da vorne rein. Dann hat er das hier gebaut. Dann machen wir da den hier so hin. Und den Futterhaufen. Der ist ja riesig. Küche ist schlichtweg zu klein. So, ich baue das noch was neu. Ich teste jetzt mal. Jetzt hat das automatisch genommen, die Wand. Und erweitert das automatisch. Ah, und hier hat er um den Strommast herum gebaut. Ja, das müsste natürlich auch nicht sein. In den Fitnessraum kommt hier die Beinpresse. Die geht noch von der Größe her. So, würde ich gleich zwei platzieren. Jetzt setze ich den hier in die Ecke nach hinten. Der braucht dann noch Strom. Das sollten wir auch noch hinkriegen. Jetzt muss ich fast hier durchs Gebäude gehen. Anders geht es nicht. So. Und dann kommt da noch der Futterhaufen, der jetzt hoffentlich hier Platz hat. Nämlich da. Und dann sollten wir da alles erledigt haben, was das angeht. Und wie das hier wieder zu lösen ist, das schauen wir später. Du kannst den Helikopter einsetzen, um dir von Moose Lab Ressourcen zuschicken zu lassen. Oder du kannst Humbis zum Moose Lab schicken, damit dort der Heilmittelfortschritt weiter vorankommt. Um die Behandlungskammern 2, 3 oder 4 freizuschalten, musst du den Heilmittelfortschritt erhöhen, indem du die Humbis zum Moose Lab schickst. Ah ja. Um einen Handel zu beginnen, musst du erst die Weltkarte öffnen. Dann das Moose Lab Hauptquartier auswählen, dort kannst du Ressourcen beantragen. Wenn du Humbis wegschickst, erhöht sich der Heilmittelfortschritt und du bekommst Forschung. Moose Lab kann dir auch neue Arbeiter zuschicken, falls du welche an Zombies oder wütende Humbis verloren hast. Das ist aber auch praktisch. Das sollen wir jetzt wahrscheinlich mal schnell testen. Ah, hier ist das. Das ist so ein Handelsmenü quasi. Okay. Jetzt können wir einen von denen wählen. Also wir haben jetzt alles aufgebaut, wir schicken den aber weg. Und was möchte ich bekommen? Ein Wissenschaftler, wie viel Wert hat der? Erhalte kostenlose Ressourcen. Kann ich den dann vollfüllen oder wie läuft das, wenn ich jetzt hier Ressourcen anfordere? Das ist ja Eis, oder? Wenn wir auch ein bisschen anfordern. Wir möchten Heilmittelfortschritt und Helikopter abschicken. So, und ich glaube, der ist jetzt unterwegs. Hubschrauber kommt. Ah ja. Jetzt bekommen wir da eine Lieferung. Ja. Da kommt ein Wissenschaftler raus. Plus nimmt er unseren mit. Und weg ist er. Jetzt müssten wir theoretisch auch... Ah, seht ihr, wir haben hier Ressourcen bekommen. Sehr gut. Ja, jetzt packen die das weg. Und der ist jetzt unterwegs zurück. In ihr Labor. Und da muss er auch noch ankommen, damit das Tutorial da das abschließt. Sehr gut. Du hast das Ende des Tutorials erreicht. Du bist nun bereit, das perfekte Labor zu bauen, um die Menschheit von der Zombieplage zu retten. Du kannst diese Expedition weiterspielen oder über die Weltkarte eine neue starten. Verstanden. So, jetzt machen wir erstmal Pause, würde ich sagen. Wir schauen mal auf die Weltkarte. Also, wir haben ja gesehen... Hier ist das Moose Lab. Wir haben gesehen, es gibt hier Expeditionen, die verschiedene Schwierigkeiten haben. Oder es gibt auch Sandbox. Ich hätte aber gesagt, das war es von der ersten Folge. Ich werde es so kompakt wie möglich schneiden. Wir haben also zusammen das Tutorial gespielt. Und was ich machen werde, es wird heute noch eine zweite Folge kommen, wenn es gut geht. Und dann werden wir hier den ersten stark machen im Sandbox, im freien Spiel. Und werden schauen, ob wir da überleben oder nicht. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ihr dürft auch gerne den Kanal abonnieren. Wir sind gerade ganz kurz vor 2100 Abos, wenn wir es nicht schon erreicht haben. Würde mich riesig freuen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, spätestens morgen, aber vielleicht auch gleich in ein paar Minuten auf diesem Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020